Täglich grüßt das Murmeltier und täglich droht in den USA der nächste Shutdown. Aber darum geht es heute gar nicht, sondern es geht darum, dass die amerikanischen Schulden ja stark gestiegen sind und dass jetzt aber auch noch die Zinsen auf die amerikanischen Schulden stark gestiegen sind. Und das heißt, die Schuldzinsen und die Refinanzierung, die werden für die USA jetzt immer teurer. Wie schlimm wird das Ganze? Bis gleich! Jamie Dimon, der Chef der mächtigen JP Morgan Bank, der hat neulich einen rausgehauen und hat damit die Anleger ziemlich geschockt. Er hat gesagt, die Welt sei nicht vorbereitet auf Zinsen von 7%. Er meint damit die US-Zinsen. Und das stimmt schon, die Welt ist darauf natürlich nicht vorbereitet. Aber auf was ist sie schon vorbereitet? Sie war natürlich auch nicht auf die Corona-Pandemie vorbereitet. Sie war nicht vorbereitet auf den Ukraine-Krieg. Und vielleicht sitzen wir ja nächstes Jahr da und sagen, na, wenn wir das gewusst hätten, dass die Erde von einem schwarzen Loch verschluckt wird, dann hätten wir vorher aber mal unsere Aktienquote runtergefahren. 7% Zinsen, das wäre für die US-Wirtschaft und für die Börsen und für das Finanzsystem natürlich sehr hart. Vielleicht nicht ganz so hart, wie wenn man von einem schwarzen Loch spaghettisiert wird, aber es kommt dem schon sehr nahe. Nur die Frage ist natürlich eher, ist das auch wahrscheinlich, dass es so kommt? Hier haben wir wieder mal den Zins auf US-Bonds mit 10 Jahren Laufzeit. Der ist stark gestiegen. Kurz nach Ausbruch von der Corona-Krise, da war er ja noch bei 0,5%. Jetzt ist er bei 4,6%. Und vor einer Woche war er sogar bei 4,8%. Der höchste Stand seit 2007 vor der Finanzkrise. Und dass er so stark gestiegen ist, das ist ja an sich kein Wunder. Weil der amerikanische Leitzins ist ja auch angehoben worden inzwischen auf 5,25 bis 5,5%. Das Erstaunliche ist eher, dass er jetzt erst gestiegen ist. Hier haben wir das Ganze nochmal auf ein Jahr. Im Frühjahr sind die Zinsen nämlich schon mal ziemlich runtergegangen. Im April waren sie ja zeitweise nur noch bei 3,3%. Aber gerade darum hat der Anstieg jetzt den Markt auch wieder so schockiert. Hier haben wir den Standard & Poor's Index auf drei Jahre. Ende 2021 war das Rekord hoch. Danach ist er ziemlich eingeknickt bis letztes Jahr Oktober. Dann die Erholung fast wieder auf Rekord hoch. Und jetzt die letzten Wochen ist er ja wieder gefallen. Wegen der Zinspanik. Und im Moment sind alle ziemlich ratlos. Dass er letztes Jahr erstmal so stark gefallen ist, das ist ja noch gut nachvollziehbar gewesen. Die Inflation ist immer mehr gestiegen. Die FED hat dann die Zinsen irgendwann angehoben. Und dann noch ab 24. Februar dann der Ukraine-Krieg als Brandbeschleuniger. Aber dass er dann ab letztem Oktober dann wieder so stark gestiegen ist, das war dann schon umstritten. Viele haben gesagt, das wird nicht gut gehen. Aber die Mehrheit hat gesagt, das wird gut gehen. Weil das mit der Inflation und mit den Zinsen, das haben wir bald wieder hinter uns. Hier ist die amerikanische Inflationsrate, die offizielle, die letzten 5 Jahre. Und ich habe Ihnen da mal die jeweiligen Wendemarken eingezeichnet beim Aktienmarkt. Der erste rote Strich, von da an ist der Aktienmarkt stark nach unten gegangen. Und ab dem zweiten roten Strich, da ging es dann wieder hoch. Die US-Inflation, die war im Januar 2022, also kurz vor dem Ukraine-Krieg, schon bei 7,5%. Also von wegen, der Krieg hat die Inflation verursacht, da war ja das Schlimmste schon fast wieder vorbei. Und man sieht aber auch, die stark steigende Inflation 2021, das war den Börsen scheißegal erst mal. Erst als man gemerkt hat, auweia, jetzt hebt die FED die Zinsen ja doch an. Dann ging es abwärts, bis Oktober eben, wo man dann gesehen hat, okay, jetzt wirken die Maßnahmen langsam. Und die Inflation ist dann ja auch weitergefallen. Und die Frage ist aber, warum ausgerechnet jetzt die Zinsen wieder hochgehen, wo man doch schon so viel erreicht hat. Und der erste Grund ist wahrscheinlich, dass man eben die letzten 3 Monate gesehen hat, hoppla, jetzt geht sie aber doch nicht mehr weiter runter, sondern sie steigt wieder leicht sogar. Und das zweite ist eben die allgemeine Sorge, die man im Moment hat, dass die FED den Leitzins eben doch nicht so schnell senken wird, wie man sich das immer gedacht hat. Und das ist für mich auch ein bisschen das Absurde an dem Ganzen. Das habe ich hier auch schon öfter gesagt. Es ist mir auch nie so richtig runtergegangen, das Ganze. Weil die FED sagt das ja nicht erst seit der Sitzung im September, dass da Leitzins länger oben bleiben muss, sondern sie hat das ja die ganze Zeit gesagt. Man hat Jerome Powell nur nie für voll genommen. Bei jeder FED-Sitzung hat er die Anleger eigentlich abgewatscht und 2, 3 Tage lang waren sie dann auch ganz verstört. Aber danach hat man wieder trotzdem gesagt, naja, das Thema ist trotzdem bald erledigt. Und ausgerechnet jetzt kriegen wir aber die große Zinspanik. Und wenn sie jetzt auch die Presse verfolgen im Moment, dann sehen sie plötzlich, dass man zum Beispiel bei BlackRock weitere Turbulenzen befürchtet am Bondmarkt. Und auch bei der Bank of America. Klar, wenn die Zinsen steigen, dann fallen ja die Anleihekurse. Das ist also immer gegenläufig. Und die ING sagt jetzt, das ist die schwierigste Situation für den Bondmarkt in der amerikanischen Geschichte. Oder Ray Dalio, der sagt, jetzt auf gar keinen Fall amerikanische Anleihen kaufen. Die könnten jetzt nochmal stark unter Druck kommen. Aber was ist jetzt eigentlich anders als vorher? Das sind die Erwartungen am Markt, wie sich der Leitzins entwickelt. Aus der Financial Times. Die blaue Linie, das ist das Neueste von Anfang Oktober. Und ja, man geht immer noch davon aus, dass der Leitzins nächstes Jahr gesenkt wird. Aber jetzt eben deutlich langsamer, als man das zum Beispiel noch im Juni gedacht hat. Jetzt sieht man ihn zum Beispiel 2026, wie man hier sehen kann, immer noch bei über 4%. Und das sind die Erwartungen von den FED-Entscheidern selber, auch von der Financial Times. Die FED-Entscheider, also Mitglieder im Offenmarktausschuss. Über die Jahre soll der Leitzins da schon nach unten gehen, was ja positiv ist. Es geht aber eben nicht so schnell, wie das vielleicht viele erwartet haben. Und 2026 soll der Leitzins demnach eben auch so bei 2,5 oder 3% sein und nicht bei 0. Aber auch das ist ja eigentlich nichts Neues. Aber ist es vielleicht auch möglich, dass die Anleger sagen, uns geht es im Moment gar nicht so sehr um den Leitzins. Sondern wir wollen amerikanische Staatsanleihen einfach nicht mehr. Die Schulden der USA sind in den letzten Jahrzehnten explodiert. Das ist bekannt. In den 80er, 90er Jahren noch, da war das alles nicht der Rede wert. Aber inzwischen sind wir wirklich bei 33 Billionen Dollar. Und nur in den letzten 10 Jahren haben sie sich nochmal verdoppelt. Jetzt kann man natürlich sagen, was soll's. Das sind die USA, das ist die größte Wirtschaft der Welt. Und diese Wirtschaft, die brummt ja auch. Aber schauen Sie sich mal an, wie sich das Defizit in den USA gerade entwickelt. Der Einbruch hier kurz nach 2020, das war die Corona-Krise. Okay, das war eine Extremsituation. Aber jetzt läuft es da wieder extrem schlecht. Ein Defizit nur die letzten 12 Monate von über 2 Billionen Dollar. Das ist mehr als in den Jahren nach der Finanzkrise. Das muss man sich mal vorstellen. Und das trotz den Steuererhöhungen von Joe Biden. Und ja auch, obwohl ja die amerikanische Wirtschaft doch angeblich so super läuft. Aber wenn Sie mein Video gesehen haben vor zwei Monaten ungefähr über den amerikanischen Wirtschaftsboom im Moment. Dann wissen Sie, wo dieser Boom herkommt hauptsächlich. Subventionen, Staatsausgaben und ein Staatsdefizit von 6% vom Bruttoinlandsprodukt. Wo wäre die US-Wirtschaft wohl, wenn diese zusätzlichen Schulden finanzierten 6% vom Bruttoinlandsprodukt da nicht reinfließen würden im Moment? Sie wäre natürlich am Boden. Und falls Ihnen das Video damals doch die Lappen gegangen ist, dagegen gibt es ein gutes Mittel, nämlich ein Kanalabo. Wenn Sie dabei auf die Glocke drücken, dann passiert das wenigstens in Zukunft nicht mehr. Dann bekommen Sie meine Videos nämlich angezeigt. Und damit helfen Sie mir natürlich auch, damit ich auch in Zukunft hier so Videos machen kann. Aber was jetzt die amerikanischen Schulden betrifft. Das Ganze ist ja sowieso nicht nachhaltig, ist völlig klar. Und wenn dann aber jetzt auch noch die Zinsen stark steigen, die der Staat zahlen muss, und das passiert ja gerade, dann kommt er da immer mehr unter Druck. So haben sich die Zinsen entwickelt, die die USA zahlen müssen für ihre Schulden. In 2020, in der Niedrigzinszeit, da waren es noch 345 Milliarden Dollar pro Jahr, auch schon 5% vom gesamten Haushalt. Inzwischen sind es aber 660 Milliarden Dollar, fast das Doppelte und 10% vom ganzen Haushalt. Und damit sind sie auch schon fast so hoch wie die gesamten Verteidigungsausgaben der USA mit 815 Milliarden Dollar. Und das wird die nächsten Jahre aber immer noch schlimmer, weil viel von den Schulden im Moment, die sind ja noch zu niedrigen Zinsen aufgenommen worden. Und das muss man jetzt aber die nächsten Jahre peu à peu umschulden in höhere Zinsen und das in rauen Mengen. Nur im dritten Quartal hat man eine Billion Dollar an neuen Anleihen platzieren müssen. Fast so viel wie letztes Jahr insgesamt. Die Barclays Bank, die hat da schon gesprochen von einem regelrechten Tsunami. Und das heißt, der Zinsanstieg, den wir haben, der kann eben zum Teil auch ein Käuferstreik sein. Wer soll das alles noch kaufen? Die FED kauft nicht mehr. Die ausländischen Zentralbanken kaufen immer weniger amerikanische Bonds. Und auch die Anleger haben jetzt ja immer mehr Angst, dass ihre Bonds weiter fallen können. Kann eben auch alles ein Grund dafür gewesen sein, dass sie auch so stark gefallen sind. Und das ist dann ein Teufelskreis. Wir haben die Zinsangst jetzt nun mal. Darum kann ich mir schon auch vorstellen, dass sie jetzt noch weiter steigen. Vielleicht sogar wirklich im aller, aller schlimmsten Fall auf diese 7% von Jamie Dimon. Nur, wenn das passiert, dann wird das nicht lang so bleiben. Weil damit die hohen Zinsen, damit dann ja die Grundlage dafür, dass sie gestiegen sind, selber zerstören. Ich bin immer noch im Lager von denen, die davon ausgehen, dass die Zinsen schon jetzt so hoch sind, dass sie das US-Wachstum deutlich abbremsen werden. Auch wenn es immer noch ziemlich robust aussieht. Aber wie gesagt, das liegt ja vor allem am Geld vom Staat, dass es robust aussieht. Und der Kongress muss sich ja jetzt bis Mitte November einigen auf Ausgabenkürzungen. Und was immer da auch kommt, aber das wird auch schon mal Luft rauslassen aus der US-Wirtschaft. Oder es gibt dann wirklich sogar wieder einen Shutdown, auch mit den entsprechenden wirtschaftlichen Folgen dann. Und der zweite Grund, warum die US-Wirtschaft noch so stark ist, das sind ja die Verbraucher. Die haben in der Covid-Krise massiv Geld ansparen können. Das geben sie jetzt wieder aus, holen Konsum nach. Aber auch das wird zurückgehen. Das hier ist aus dem Guide to the Markets von JP Morgan die Ersparnisse der Amerikaner, die blaue Linie. Wie sie eben in der Pandemie weit über den langjährigen Durchschnitt gestiegen sind. Aber wie sie eben seit Herbst 2021 auch schon wieder unter den Durchschnitt gefallen sind. Auch wegen der Inflation natürlich. Der US-Verbraucher entspart also schon wieder. Und das deutlich. Und er wird seinen Kaufrausch da nicht mal lang durchhalten können. Und abgesehen davon, die hohen Zinsen, die schaden einfach der Wirtschaft. Sie schaden den Unternehmen, sie schaden dem amerikanischen Immobiliensektor. Alles mit einer gewissen Verzögerung natürlich auch. Aber je länger die Zinsen jetzt hoch bleiben oder sogar eben noch mehr steigen, umso wahrscheinlicher ist es, dass sie dann am Ende eben doch wieder fallen. Nur, dass das eben eine Weile dauern kann. Und darum, ich habe es schon mal gesagt, darum sind Bonds zur Zeit ja vielleicht noch nicht mal ein so schlechtes Investment. Also jetzt nicht voll rein investieren da, aber eventuell mal Positionen aufbauen zum aktuellen Niveau. Und bevor die USA, also das Land an sich, bevor das aus den Latschen kippt, wird es viele andere Bereiche vorher treffen, was die Zinsen dann ja auch wieder für das Land selber runterdrücken wird. Wir werden schon über dieses systemische Risiko, das da gerade entsteht, in den nächsten Jahren wahrscheinlich um einiges öfter sprechen müssen, als wir das heute tun. Aber wenn kurzfristig da was akut werden würde, da müsste dann die FED ja sofort relativ schnell reagieren und ihre Entschlossenheit auch aufgeben und die Zinsen auch wieder runterdrücken, aktiv. Was dann übrigens ein Szenario für Gold wäre. Im Moment ist die FED ja noch sehr entschlossen, was meiner Meinung nach jetzt nicht unbedingt gut für Gold ist. Aber das kann sich ändern. Und was auch gut wäre für Gold, das wäre natürlich 2024 ein Abrutschen in ein Stagflationsszenario. Ist auch nicht völlig abwegig. Und nehmen Sie meinen Kollegen Sebastian Hell, der kauft jetzt wieder Gold. Laut seinem letzten Video auf seinem Kanal Hell investiert. Auf der anderen Seite, wann kauft der mal nicht Gold? Und er behauptet ja immer, die Notenbanken würden das ganze Gold gerade wegkaufen. Und er gibt denen die Schuld, aber machen wir uns nichts vor. Der kauft das gerade alles selber und bunkert das im Keller. Dazu kenne ich ihn schon zu lange. Aber davon mal abgesehen. Die USA stehen am Scheideweg. Die Entscheidung fällt wahrscheinlich jetzt nächstes Jahr. Knickt die Wirtschaft ein oder bleibt sie wieder erwarten eben doch robust. Dann aber wahrscheinlich eben immer noch auch mit einer hartnäckigen Inflation. Oder im schlimmsten Fall eben beides Stagflation. Aber dieses rosa-rote Traum-Szenario von der sanften Landung, und das hat die Börsen dieses Jahr ja so hoch gehalten, das ist doch ein bisschen unwahrscheinlicher geworden. Und darum, meiner Meinung nach, kann es nicht schaden, wenn man jetzt ein bisschen defensiver agiert als Anleger in nächster Zeit und natürlich auch breit streut. Das ist das A und O. Aber dass man eben auch nicht gleich in Panik verfällt. Wenn wir bei jedem Risiko, das theoretisch denkbar ist, also 7% Zinsen oder Schuldenkrise oder Kriege oder schwarze Löcher, wenn wir bei jedem von diesen Risiken sagen, darum investiere ich jetzt nicht, dann kann man eigentlich nie investieren. Und streng genommen bringt es dann aber auch nichts mehr, dass man jeden Morgen noch aufsteht. Wichtig ist, dass man das Ganze weiter beobachtet, genau beobachtet, dass man an dem Ganzen auch dranbleibt. Aber genau das machen sie ja auch zum Glück. Auch hier jetzt ja gerade auf meinem Kanal, den sie aber, wie gesagt, der, wie gesagt, langsam auch mal ein Abo von ihnen verdient hätte. Und zum Kanal-Abo geht es hier unten. Und außerdem darf ich Sie auch noch mal daran erinnern, morgen kriegen Sie von mir eine neue Hauspost, diesmal zum Solarsektor. Der liegt ja inzwischen am Boden. Ist er wieder interessant oder ist es nicht? Die Hauspost ist gratis, sie ist immer gratis. Und wenn Sie sie jetzt noch nicht automatisch kriegen, dann können Sie sie anfordern auf www.heinrichs-hauspost.de. Und damit ist für heute erstmal alles gesagt, was gesagt werden musste. Alles Gute Ihnen und wie immer, herzlichen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank.